Bisher bei Smokey und Kack... Kacky? Zuletzt bei Cati und Smokey kacken sich in die Hose. Mount Massive Asylum. Also hier flieh ich nicht... Oh! 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 Was? Was bist du? Hey, wie ist das? Oh! Schömer! Was das? Feuer! Oh! Das funktioniert, vertrau mir. Ich bin Arzt. Gib ihm! Gib ihm! Tschüss! Surprise, motherfucker! Hi! Das ist unser Sicherheitskamin! Wirklich? Ah, da töten wir uns. Okay. Danke. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht die Guten sind. Da geht's mir nicht mehr. Es ist ein Schuss. Hier, wenn wir uns mal die Guten zu sehen. Und das ist unser Sicherheitskamin. Und das ist unser Schuss. 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 Warum seid ihr wieder nackt? Warte, sind das nicht die zwei, die mich töten sollten? Ja. Okay. Ähm. Ah, bist du der Priester oder was? Film den mal. Der hat sich halt wirklich ans Kreuz genommen. Wir haben 8 Batterien, alles gut. Ähm. Wenn es wohl so schnell gehen wird? Ja. Ich glaube, ich würde noch länger schreien. Und die Kirche wird relativ schnell brennen. Das ist so schlimm. Alter. Ja, jetzt wird's. Nein. Oder? Weiß nicht wohnen. Ich weiß ja nicht, ob er lang muss. Ach, da oben. Ach, da. Ja, gut. Ja, gut. Wir klitschen uns einfach mal durch. Klar, 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 klar. Das heißt, das ist halt einfach nur, das Geräusch ist schlimmer, aber der ist ja gar nicht so schnell. Nein, ja. Oh, du voll, voll weh. Der kommt jetzt. Oh. Help, help. Das ist gar nicht schlecht. Ich habe Angst, okay? Ich habe Angst. Das wäre eigentlich voll schön, wenn es da sind zu werden. Ah. Das war gerade der Hauptausgang. Das ist jetzt nicht mehr der Hauptausgang. Wieso können wir nicht dort hin, wo wir drücken? Ich glaube, wir haben den Ausgang schon achtmal gesehen jetzt. Ich habe Angst. Nicht nur du. Ich kriege einen anderen Weg nach dort. So viel dazu. Ich glaube, in diesen Räumen sind wir sicher, in diesen, wo sie dich entkontaminieren. Ja, aber die sind alle zugegangen. Hi, Piggy! Oh, man sieht ihn in der Nachtsicht. Ich glaube, wir müssen jetzt dort lang gehen, wenn er schon dorthin geschaut hat, oder? So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes hat einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so war mir gut helfe. Hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Oh. Ist das Steven Hawkins da drin? Ja, gut. Alter! Das ist der Arzt. Der Deutsche. Der Deutsche. Das ist die Funktion der Säden zu produzieren, aber Ihre psychosomatische Verbindung und die Precise Wolle ist notwendig. Mind und der Böden. Du hast ihn. 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 Du musst ihn verletzen, Billy. Halt sein Leben. Er ist Anastasia. Du musst ihn nicht tun, was ich getan habe. Niemand kann aus dem Ort, wo er lebt. Du musst ihn nicht kümmern. Dieser Geist? Dieser Geist. Cafeteria. Boah, ich liebe Cafeteria. Vor allem, wenn die so aussehen. Und zum Essen gibt's Gedärme. Cafeteria war's halt, ne? Alter. Dann gehen wir halt einfach. Müssen wir schauen, wie wir da vorbeigommen. War doch dumm, dass du da nicht rein kannst. Weißt du, oder? Weil wenn's grün ist, solltest du... Aber es ist kaputt, ne? Wir sind gesperrt, nämlich. Ja, dann geh nochmal nach links. Oh ja. Oh ja. Ja. Rechts. Wir gehen nirgendwo. Okay. Na gut. Der hat mich von innen da raus. Du kleines Feuerwerk. Na fein. Holy shit. Ist das Billy? Ja. Da. Ach, das wär ne Fetzerei da unten. Also müssen wir da drüben. Und wo ist's? Da. Das ist aber ein großes Windziel für Nahrung. Du? 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 Genau. Wow! Ja, auf geht's. Glaub Billy ist sauer. Ja. Ich wär auch sauer, wenn man mir die Nahrungszufuhr abdrehen wird. Ja. Aber so schnell? Wie viel frisst den du? Ich war keine zwei Sekunden aus und der ist sauer. Ich wollte nur ein bisschen auf die E setzen. Aber super. Alter. Laufen sie. Nein, da ran, da ran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Billy jetzt eher ziemlich sauer ist. Und da ist er schon. Musst du mir da alles runter? Ja. Wow! Ja! Motherfucker! Sag ja, fett, sag ja. Ich glaube, Billy hat mir gerade runtergeholfen. Wir wollten nur wissen, ob das der richtige Weg ist. Ja. Tschüss! Was ist das? Anna. Ja! Tut mir leid, sie haben nicht genug Finger für das. Ja, da musst du... Oh, fuck. Das wäre sauer. Hör mir zu, wir wollen dir nur helfen. Fucking hell. Ah, nochmal zurückzunehmen. Oh, oh, nein. Oh, oh. Wer ist in mir? Wer ist in uns? Aber ich glaube, er ist gerade verreckt. Ja. Alter. So eine gute Kamera. Das ist noch von damals so Nokia-Zeiten. Das der Typ noch steht, ne? So von Nokia-Zeiten. Versuche zu entkommen. Jetzt komm. Du bist gerade hundertmal durch die Gegend geschleudert worden und standen ist. Und konntest noch sprinten. Das war das Adrenalin. Ja. Da sind jetzt eigentlich alle tot. Ja. Von den... Du bist jetzt der Wirt, Glückwunsch. Nein, die packen mich jetzt nicht da rein. Greif ich da gerade die ganzen... Bin ich jetzt der neue Billi? Jetzt mal gut. Alter. Durchgesperrt. Hast du sehr gut gemacht. Du gäbe es Hardcore. Bist du dir? Es gibt aber noch Whistleblower. Ja. Und zwei. Da kommt noch, gell? So. Machen wir noch. Na schauen wir mal, wie das Video wird. Oh doch. Oh doch. Tschüss. Aufnahme. Tschüss.